Hallo zusammen, hier ist Tom vom Fischer Buch CA Botschafter Team. Ich gebe euch heute ein kurzes Review zu der Arctic Silver Micro Diameter Flyline. Die Fliegerschnur ist sehr klein und hat einen Schuss von 10 m. Es ist insgesamt 30 m lang und hat ein Gewicht vom Kopf von 12,5 g. Weiter interessant finde ich im Speziellen ist die Farbe, die grau ist, die ziemlich gedeckt kalter ist, im Gegensatz zu anderen Fliegenstunden. Weiter, wie Sie sehen, ist die Fliegerschnur weniger Wasserbewegungen. Das Gute daran, dass es weniger Spritzen auf der Wasserfläche gibt, ist ganz klar, und du bist nicht so schnell verschleucht. Was mir als allererste mit dieser Fliegenstunde aufbauen ist, das wirklich sehr elegante Design von der Box, die wirklich noch durchdacht ist, wie z.B. die Fliegerschnur hier, ist hier drin. Die Box kann weiterverwendet werden als Fliegenhark. Sie würden es zwar nicht empfehlen, mit dieser Masse zu gehen, aber während dem Binden eben gerade die Möchse, wie möglich. Für alle, die Arctic Silver bereits kennen, ist klar, dass die Arctic Silver Fliegerschnur extra gemacht worden ist, für die Fliegenräute mit Reflex-Sin-Lift. Für den anderen Morgen könnt ihr mich verabschieden, gebt gut ein Like und ein Subscribe wäre auch ganz nett. Die Arctic Silver Innovation Byline mit dem Bind-Bisch. Sicher! mit Bind-Bisch. Untertitelung des ZDF für funk, 2017